Ich bin sieben Jahre alt, ich heiße Chip. Meine Hobbys sind Kickboxen, Fußball, Schwimmen, Fahrradfahren. Ich möchte Menschen helfen, weil sie was zu essen dann haben. Es gibt viele, die Hunger haben, die brauchen was zu essen. Bald ist Ramadan, die Menschen brauchen unsere Hilfe. Lass uns nicht zuschauen, lass uns helfen. Wir wollen viele Brunnen bauen. Wir machen demnächst ein Waisenhaus auf in Ghana. Ich schaue nicht weg, ich werde helfen. Gemeinsam sind wir stark, lass uns die Menschen helfen. Liked uns, abonniert uns, erzählt von uns. Gemeinsam können wir sehr viele Menschenleben retten. Lass uns mit unseren guten Taten die Welt im Positiven verändern.